Hallo Leute, was geht ab herzlich und willkommen zu einem neuen Video auf mein Kanal und heute sind wir in einem sehr geilen pakistanischen oder afghanischen Laden und wir zeigen das euch. geht los hier wir finden hier so einen alles geiles hier und das hier nur für 20 euro also ihr wisst in pakistan gibt es günstige sachen guck mal diese schuhe Leute es gibt auch solche toiletten Hier sind paar geschäften die man sehen kann Leute gefühlt ganze Stadt gehört zu Pakistan gefühlt ganze Stadt alles halal alles und bro das sieht genauso gleich wie Pakistan aus Bro hier trinkt keiner alkohol alles einfach gut alles einfach so op Sorry fyrir störung, wir gehen gleich nach Moschee Guck alls, viele türkische laden, viele pakistanische, viele afghanische, viele sürische, aber meistens pakistanische Aber Bro alles halal gefühlt Guck mal jetzt take markt Bro sieht ihr nicht wie geil das aussieht So Leute jetzt sind wir in Moschee und guckt wie groß das ist Leute guckt mal das genau wie Pakistan Leute gleich kommt was geiles glaube ich Ey hier gibt's nintendo 288 euro Und zwar Leute das ist Bill steht Und ja ihr könnt immer hier kommen Leute zu groß So groß Mediamarkt Geil Geil Leute wir verstehen hier fast jeden Bro flipphone einfach Flipphone Bro Was Digga das ist einfach zu krank Geil Die könnt ihr euch noch an E-Rollern kaufen Die sind sehr viele E-Rollern Die könnt ihr euch auch kaufen Noch JBL Musikbox Hier seht ihr alles Alle Musikbox Leute das ist einfach zu krank Noch sehr viele Kopfhörer Also hier sind sehr viele Kopfhörer Beste Teil Beste Teil Bro Beste Teil Ja auch nicht beste, aber schon geil Ey was ist das Einfach so ein Fake-Controller Leute hier gibt's Mikrofon, Kopfhörer, alle Leute guckt mal Und das ist der geilste Handy der Welt Den ich finde Der ist ein Flipphone glaube ich Guckt mal dieses Handy Das ist ein Handy und kann auch ein iPad werden Also nicht ein iPad, aber ein Tablet Guckt mal das Wenn ich das zu mache Kann ich hier auch gucken Ich werde Meinen YouTube-Kanal abonnieren Achso, ich muss ein Konto machen Leute hier kann ich leider meinen Kanal nicht abonnieren Aber abonniert ihr meinen Kanal Sorry für die zweite Störung Wir gehen gleich geile Geschäfte Was ist das? Das sieht geil aus Leute Das sieht geil aus Candy Shop? Was? Wasser abholen Was sind das für Takis-Sorten Aber auch in günstig Mistabisch Mistabisch Zokolade in groß? Was? 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 Alle Sorten? Auch in groß? Alle Sorten? Was ist das, Leute? Leute, Erling Haaland! Prime mit seinem Unterschrift! Du, weil Schokoladegetränk? Wer kennt ihn von Dragon Ball? Oh mein Gott, Leute! Pokémon Getränk! Was ist dieses Platz? Skittles Getränk! Oh mein Gott! Leute, ich will den ganzen Laden kaufen! Nein, ne? Nein, ne? Leute, nein, ne? Du, weil Schokolade? Einfach, du, weil Schokolade! Leute, nein! Einfach, du, weil Schokolade! Das kauf ich! Das kauf ich! Hundert Prozent! Was? Was? Habt ihr Dubai-Zokolade nicht gekauft, weil die zu teuer war? Und ja! Sorry für die dritte Störung, aber wir gehen gleich essen! Wir sind fertig mit Essen! Leute, ich hab' neue Schuhen gekauft und ich zeig' euch in dem nächsten Video, welche Schuhe das sind! Ciao, ciao, ciao!